Wir sind vor der Pause bis Sachaja 14, Sachaja 13, Vers 6 gekommen. Jetzt kommt Vers 7. Vers 6. Vers 6 bezieht sich tatsächlich auf den Messias. Auf den, von dem es in Kapitel 12, Vers 10 heisst, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und wo der Vater weiterfährt und werden über ihn wehklagen. Und nun Vers 7 erklärt noch mehr. Wer ist denn dieser Mann mit den Wunden zwischen seinen Händen? Mit den Nägelmalen des Kreuzes Todes zwischen seinen Händen. Und dann wird erklärt, das ist eben der Hirte. Der Messias, der der Hirte ist. Und ich habe ja ganz am Anfang erklärt, dass die Kapitel 19, 11 einen Block bilden, wo es um besonderer Weise, nicht nur, aber in besonderer Weise um das erste Kommen des Messias geht. Und gerade in Kapitel 11 wird er als der Hirte vorgestellt. Der Hirte, der aber von seiner Herde verworfen wurde und schließlich für 30 Silberschäkel verkauft wurde. Und dieser Hirte wird jetzt hier wieder erwähnt. Mein Hirte nennt ihn Gott. Und der Mann, der mein Genosse ist. Und dieser Ausdruck ist sehr speziell. Amit heisst Genosse. Da steckt das Wort im drin. Mit, also der, der auf der Seite, ebenbürtig auf der Seite steht. Der Amit ist quasi der Genosse, der auf gleicher Stufe steht. Amit heisst kann man auch übersetzen, mein Gleichgestellter. Ein Mann, der Gott, dem Herrn, gleichgestellt ist. Jawohl. Das ist der Messias, der Gott und Mensch in einer Person ist. Der Herr Jesus hat sich als Mensch erniedrigt. Und einen Platz der Unterordnung eingenommen. Aber er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Und darum sagt Philipper 2, Vers 5 und folgende. Da ein Gestalt Gottes war, hatte er es nicht für einen Raub erachtet, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich eben erniedrigt, ist Diener geworden, Mensch geworden. Sieben Stufen der Erniedrigung bis zum Tod, nur sechs. Ja, zum Tod am Kreuz. Dieser schändliche Tod. Sieben Stufen der Erniedrigung. Aber er hat nie aufgehört, eben als Gott, dem Vater gleich zu sein. Und hier spricht der Vater, mein Hirte. Der Mann, der mein Gleichgestellter ist. Nun, hier wird gesagt, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Schlage den Hirten. Und das ist das Gericht Gottes, das über den Herrn Jesus gekommen ist, am Kreuz in den drei Stunden der Finsternis. Schlage auf, Jesaja 53. Dort haben wir den leidenden Gottesknecht vor uns. In Vers 10 heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Wie kann es hier heißen, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen? Nicht das Zerschlagen. An sich war das Wohlgefallen Gottes. Nein, als der Herr Jesus am Kreuz litt und schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ein furchtbarer Schmerz für das Herz des Vaters. Und Gott empfindet Leiden. In Jesaja 63, 9 zum Beispiel heißt es, in all ihr Bedrängnis war er bedrängt. Das heißt also, wenn wir durch Nöte hindurchgehen, dürfen wir wissen, dass Gott, der Vater, der Sohn, das so mitempfindet, empfindet, wie wenn er selber in der Drangsal wäre. Und trotzdem heißt es hier, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es war Gottes Wohlgefallen, die Rettung verlorener Menschen zu ermöglichen. Und dass dieses Endziel, das ist das Wohlgefallen Gottes, aber dieses Endziel konnte eben nur über den Weg erreicht werden, dass der Herr Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe, das Gericht auf sich nahm, das wir verdient haben in Ewigkeit. Und darum müssen wir gut unterscheiden zwischen den Leiden von Seiten der Menschen, was die Menschen dem Herrn angetan haben in der Misshandlung vor der Kreuzigung und dann durch das Annageln ans Kreuz, das hat nicht unsere Sünden weggetan. Das hat die Bosheit des Menschen ans Licht gebracht. Aber in den Stunden der Finsternis wurde der Herr Jesus mit fremder Schuld beladen. Und Gott hat ihn geschlagen für diese Schuld, stellvertretend. Und das ist das, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und zwar als Schuldopfer, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird. Ascham auf Hebräisch, das ist das gleiche Wort wie in 3. Mose 5 für das Schuldopfer. Und das zeigt, dass also der ganze Opferdienst Israels war von symbolischer Bedeutung. Es war ein Hinweis auf das eine wahre Opfer des Messias. Aber dafür musste Gott ihn strafen. Und darum hat Gott sich wirklich von dem Herrn Jesus als Menschen abgewendet. Wenn er sagt, nach Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn wirklich als Mensch verlassen, als er der Sündenträger war. Weil Gott mit der Sünde nicht Gemeinschaft haben konnte. Und er musste geschlagen werden. Das wird uns hier vorgestellt in Sachaie 13, 7. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist. Spricht der Herr, der hier schaue. Schlage den Hirten. Und die Hirte wird sich zerstreuen. In Matthäus 26, Vers 31 sehen wir, wie die Jünger geflohen sind und sie wurden zerstreut. Und da wird erklärt durch Matthäus, dass sich bereits dieses Zerstreuen erfüllt hat. Und dann im Jahr 70 wurde das jüdische Volk, eben die Herde, wurde weltweit zerstreut. Wie das in 5. Mose 28, Vers 64 steht, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und dann wird erklärt und dann werdet ihr ständig verfolgt werden. Unter den Nationen. Das hat sich so erfüllt. Und die Herde wird sich zerstreuen. Aber Gott sagt, und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Die Geringen in der Herde. Die werden schon in Zacharia 11, in diesem Kapitel über den guten Hirten, werden die Geringen in der Herde, auf die der Herr ein besonderes Auge wirft, gesehen. Das sind die aus Israel, von denen der Herr Jesus sagt in Johannes 10, ich kenne die Meinen. Und ich bin bekannt, die Meinen kennen mich. Und er verheißt auch, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich gebe diesen Schafen ewiges Leben. Johannes 10, Vers 27. Da, nochmals. Und ich werde meine Hand den Kleinen oder den Geringen zuwenden. Und dann kommt dieser Vers 8. Und es wird geschehen, im ganzen Land, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Wir haben bereits gesehen, Joel 2 ist noch zukünftig. Israel wird von Norden her überrannt werden. Wir können das kurz aufschlagen. Joel 2. Joel 2. Ab Vers 1. Stoßt in die Posaune, oder in Schofahorn, auf Zion. Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Stoßt ins Schofahorn auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Der Tag des Herrn ist ein Ausdruck in der Bibel, der bezeichnet das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt. Ein Tag der Tag der Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Ich habe gesagt, was der König des Nordens ist. Daniel 10, Daniel 11, 40 bis 45. Übrigens, in Jesaja wird der gleiche Feind genannt, der Assyr. Man lese Jesaja 10 und Jesaja 28, 29 und so weiter. Ganz viele Kapitel in Jesaja sprechen über den gleichen Angriff von Norden und der Feind wird dort genannt, der Assyrer oder Assyrien. Das sind verschiedene Namen, die aber den gleichen Angriff meinen. Und nun, Vers 3 in Joel. Vor ihm her verzehrt das Feuer und hinter ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Das Land Israel, das eine Wüste war, wurde transformiert in ein fruchtbares Land. 240 Millionen Bäume wurden gepflanzt. Eine moderne, wunderbare Landwirtschaft aufgebaut. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und hinter ihm eine öde Wüste. Und auch keine Enttronnenen lässt es übrig. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden. Das sind aber keine Pferde. Das sind moderne Vorbewegungsmittel. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden. Und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie Wagen gerasseln. Hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge. Wie das Brasseln der Feuerflamme. Die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker. Die Angesichter erblassen. Und dann wird beschrieben in weiteren Versen diese Katastrophe, die über das ganze Land kommt. Aber in Vers 18 lesen wir, wie Gott eingreifen wird. Und dann eifert der Herr für sein Land. Und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortet und spricht zu seinem Volk. Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zum Hohn machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden kommenden, so nennt Joel diesen Feind, Daniel, der König des Nordens, Jesaja, der Assyrer, auch Micha, der Assyrer. Und ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben. Sein Vortrab in das vordere Meer, das ist das tote Meer, und sein Nachtrab in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Und dann tröstet Gott in den weiteren Versen sein Volk und nimmt sie an als sein Volk. Vers 27. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr beschämt werden. Das entspricht dann eben dieser Annahme des Überrestes, wie wir das in Zachariah 13, Vers 9 gelesen haben, wenn Gott sagt, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und darum, was hier beschrieben wird, ist die Katastrophe im Land Israel, wo eben eine Masse umkommen wird. Und hier wird gesagt, zwei Drittel. Jemand könnte sagen, ja, aber das ist alles schon erfüllt. Wenn man zusammenrechnet, in den vergangenen 2000 Jahren, all der Judenhass und die Judenverfolgung hat etwa 13 Millionen das Leben gekostet, durch die Jahrhunderte hindurch. Aber hier sehen wir, wenn der Überrest, wenn Israel das erleben wird, was hier geschieht, dann wird ein Drittel ein Überrest sein, der von Gott als sein Volk anerkannt wird. Aber das ist nicht geschehen bis 1945. Durch all diese Verfolgungen ist es nicht so gewesen, dass Gott dann die Überlebenden als sein Volk anerkennen konnte. Es war auch nicht so, dass alle Überlebenden dann umgekehrt wären, Buße getan hätten. Und viele sind seither wieder gestorben. Aber die wurden nicht von Gott als sein Volk anerkannt. Aber hier wird gesagt, zwei Drittel davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Also die werden durch die Prüfung hindurch als echt, als echtes Silber, als echtes Gold erwiesen werden. Und mit denen nimmt Gott diese Bundesbeziehung auf, indem er sagt, es ist mein Volk und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also der Drittel, der überlebt, ist eben das wahre Israel, das sich bekehren wird. Das entspricht genau Römer 11, wenn wir kurz aufschlagen. Dort erklärt der Apostel Paulus das Geheimnis der Vollzahl der Nationen. Römer 11, Vers 25 Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Also in der Vergangenheit hat Israel eine Verstockung, eine Verhärtung erlebt. Nicht alle, aber ein großer Teil. Hier wie gesagt, zum Teil Verstockung widerfahren. Es war ein großer Teil. Aber dann heißt es, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Gott hat eine bestimmte Zahl festgelegt, die aus den Heidenvölkern im Gemeindezeitalter zum Glauben kommt. Und wenn der Letzte in dieser von Gott festgelegten Zahl sich bekehrt, vielleicht heute Abend, dann kommt die Entrückung. Und dann heißt es, wird ganz Israel errettet werden. Wie geht das? Ganz Israel errettet werden. In Römer 9, also ein bisschen vorher, heißt es, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre, wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Ja, was jetzt? Römer 9, Vers 27. Jesaja aber ruft über Israel, wenn die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres wäre, nur der Überrest wird errettet werden. Aber in Römer 11 steht ganz Israel. Und da steht nur ein Überrest. Das ist Mathematik. Nicht wahr? Wenn zwei Drittel umkommen und ein Drittel sich bekehrt, dann ist der Drittel das ganze Volk. Und da wird also klar, der gesamte Drittel wird errettet werden und von Gott als sein Volk anerkannt werden. Und dann wird es mit Israel so sein, dass sie wirklich nur aus echten, wiedergeborenen Gläubigen bestehen werden. Drum, ein Überrest, ein Drittel. Aber dieser Drittel ist dann ganz Israel. Und wir sehen, wenn man das beziehen will, diese zwei Drittel ausgelöscht und der Drittel, der überlebt, es geht nicht auf. Weil eben nicht die Überlebenden schließlich das Volk Gottes ausmachen. Das ist nicht so, dass die Überlebenden alle gerettet worden wären. Nur die, die sich bekehrt haben und die sich bekehren werden. Aber da wird es so sein, dass dieser Drittel übrig bleibt. Und die werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und die werden Buße tun, öffentlich. Und die, sei 53, sich persönlich aneignen. Und der Herr wird sie anerkennen. Es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Kapitel 14. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute in deiner Mitte verteilt werden. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird eingenommen. Und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen werden vergewaltigt werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Schrecklich, was hier beschrieben wird. Eine Elende. Abscheuliche Belagerung von Jerusalem. Worauf bezieht sich das? Nun, es ist so. Der König des Nordens. Nach Daniel 11, Vers 40. Wird Israel von Norden her überrennen. Das Ziel ist die Eroberung des Tempelbergers. Und so wird Jerusalem ein erstes Mal belagert werden. Und dann wird der König des Nordens, nach dieser Stelle in Daniel 11, weitergehen und er wird Ägypten erobern. Das ist ein innerislamischer Konflikt. Und zwar, um Ägypten zu plündern. Er wird den Reichtum Ägyptens plündern. Aber dann hört der König des Nordens Gerüchte aus dem Norden und aus dem Osten. Von Ägypten aus im Norden, der Westen, das Vereinigte Europa, der Vereinigte Westen, das Widerstandene Römische Reich, wird die Schiffe verschieben, die Kriegsschiffe nach Hamagedon. Weil zwischen dem Westen, dem Widerstandenen Römischen Reich, unter der Leitung des Tieres aus dem Meer, Offenbarung 13, Vers 1, wird einen Bund schließen mit Israel für sieben Jahre. Und dieser Bund ist ein Militärbündnis zum Schutz gegen die Gefahr von Norden. Und wenn dann Israel angegriffen wird, dann muss der Westen eingreifen. Das ist das NATO-Prinzip. In der NATO ist man verbündet. Wenn ein Mitglied angegriffen wird, müssen alle zu Hilfe kommen. Es gibt keine Diskussion. Das gehört zum NATO-Abkommen. Und dann werden die Kriegsschiffe und auch die Flugzeuge verschoben werden nach Israel. Wo geht man mit den Kriegsschiffen vom Westen her, wenn man nach Israel gehen muss? Nach Haifa. Dort ist heute der große Militärschiffshafen. In der Bibel, in den biblischen Zeiten, war der Hafen unten bei Jaffo, heute Jaffo-Tel-Aviv, zusammengewachsen. Aber in der Endzeit, heute, ist der Militärhafen oben in Haifa. Und im Hinterland von Haifa liegt die Ebene Hamagedon. Genannt auch die Ebene Jezreel. Also bietet sich diese Ebene an, als Aufmarschplatz für die westlichen Heere. Die nach Offenbarung 16 gesammelt werden, um nach Hamagedon gebracht zu werden. Und so werden die dort ihre Front aufstellen, im Norden, in Galiläa. Während der König des Nordens, der hört die Gerüchte, die erschrecken ihn. Darum kommt er von Ägypten zurück und belagert Jerusalem ein zweites Mal. Und Daniel 11, 40-45 sagt, er wird sich aufstellen zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Das ist also der Bereich zwischen Tel Aviv, Jaffo, heute, und Jerusalem. Das sind zwei Fronten, die durch ein Zwischengebiet getrennt sind. Also man sieht auch, wie geografisch alles in der Prophetie Sinn macht und zusammenpasst. Ja, und dann ist es so, der König des Nordens wird zurückkommen und wird Jerusalem ein zweites Mal belagern. Aber dann wird der Herr kommen und wird den König des Nordens und seine Truppen vernichten. Ich habe da auf dem Blatt verschiedene Stellen aufgeführt, über den Assyrer, bei Vers 2. Über Jerusalem kommt eine schreckliche Katastrophe. Jesaja 10, 1-4. 10, 12-34. 28, 14 und folgende. 29, 1 und folgende. Und wie gesagt, Daniel 11, 14-45 und Joel 1 und 2. Da wird überall in all diesen Stellen gesprochen über diesen Angriff von Norden. Und jetzt ist es so, in diesen Stellen findet man Stellen, wo Jerusalem belagert wird und es ist nur Elend. Und dann findet man Stellen hier, wo wir sehen, und der Herr kommt und wird Jerusalem befreien. Und so kann man die zwei Belagerungen unterscheiden. Also die erste Belagerung ist nur Elend. Das ist die Belagerung hier in Zachariah 14, 1-2. Aber bei der zweiten Belagerung, dort wird der Herr kommen. Und in diesen erwähnten Stellen findet man ganz wunderbare Beschreibungen der Wiederkunft des Herrn zur Befreiung Jerusalems. Und das geht jetzt parallel mit Zachariah 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, der er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Da sehen wir, bei der zweiten Belagerung wird schließlich der Herr, wenn die Not am größten ist, eingreifen. Und er wird auf dem Ölberg erscheinen. Und der Ölberg wird sich spalten. Ich habe hier etwas geschrieben zu Vers 4 auf dem Skript. In Israel kommen zwei Kontinentalplatten nahe zueinander. Zwei Kontinentalplatten, geologisch, kommen sehr nahe. Und dazwischen ist dieser Grabenbruch erfolgt. Das Jordantal, das bis zu dem tiefsten Punkt des bewohnten Festlandes, der Erde, reicht, das Tote Meer. Minus 400 Meter. Darum wird ja in Hesekiel 38, 39 das Land Israel genannt, der Nabel der Erde. Ja, dort ist der tiefste Punkt. Und dieser Grabenbruch ist ein riesiges System. Das beginnt in der Türkei oben. Geht dann runter, eben durch Galiläa, das Jordantal. Segenetzareth ist schon minus 212 Meter. Dann geht der Jordan weiter bis zum Totenmeer, minus 400. Und dieser Grabenbruch geht weiter bis nach Elad, Rotes Meer. Geht im Meer weiter. Geht dann später wieder hoch auf den afrikanischen Kontinent und weiter nach Süden. Ein Grabenbruchsystem von 8000 Kilometer Länge. Aber der dramatische Ort ist im Land Israel. Im Zusammenhang mit dem Jordantal und dem Totenmeer. Also, der langen Rede, kurzer Sinn. In Israel kommen zwei Kontinenten-Talplatten zueinander. Das erklärt eben den Grabenbruch des Jordantales. Tiefster Ort der Welt, totes Meer. Also der Welt, meine ich, des bewohnten Festlandes. Es gibt in der Antarktis, wo man vor kurzem entdeckt, ein Tal, das noch tiefer unten ist. Aber dort wohnt ja niemand. Die Bruchlinie des Ölberges ist geologisch bereits vorgezeichnet. Und das ist eine persönliche Mitteilung des Geologiespezialisten Peter Laribaut aus Frankreich. Der jahrelang für eine Ölgesellschaft gearbeitet hat. Er konnte mir das bestätigen, dass man also in geologischen Karten diesen vorgezeichneten Bruch kennt. Und dort wird der Ölberg sich dann wirklich spalten. Wie das hier beschrieben ist in Vers 4. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. So wird dann eine Hälfte des Ölbergs nach Norden gehen, der andere nach Süden und dazwischen in Ost-West-Richtung wird sich dieses neue Tal bilden. Ich lese weiter, Vers 5. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Arzell reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Judah. Ich war dieses Erdbeben, wird ja erwähnt in Amos 1 am Anfang, dass es dieses schreckliche Erdbeben gegeben hat in der Zeit von Usia, da in Jerusalem. Und hier wird an dieses Ereignis erinnert. Aber der Überrest, der eben in Jerusalem bleiben wird, und nicht wie die anderen, die fliehen werden nach Moab und dann zurückkehren, die aus Judäa. Dieser Überrest wird dann eine Fluchtmöglichkeit haben, ein Fluchtkorridor durch dieses neu entstandene Tal. Und dann lesen wir Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Alle alttestamentlich Gläubigen werden den Herrn Jesus, wenn er kommt als Messias-König auf dem Ölberg, werden ihn begleiten. Wann werden die denn auferstehen, dass sie dann mit dem Herrn kommen können? Nun, bei der Entrückung der Gemeinde. Der Apostel Paulus erklärt ja in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, dass wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt, da kommt er nicht auf die Erde. Er kommt nur in den Luftraum. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, also die verstorbenen Gläubigen der Gemeinde werden auferstehen. Und die Generation, die dann noch lebt, hoffentlich wir, werden nicht sterben, sondern der Körper wird sofort in einen Auferstehungskörper verwandelt werden, ohne den Tod zu erleben. Und dann werden wir zusammen entdrückt werden in Wolken, in die Luft dem Herrn entgegen. Und Paulus sagt, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Nun, ein Schlüssel, um das noch besser zu verstehen, um Altes und Neues Testament zu verbinden. Hebräer 11. In Hebräer 11 wird gesprochen über die Glaubenshelden, übrigens Männer und Frauen, im Alten Testament. Und dann heißt es in Hebräer 11, Vers 39, im Blick auf die alttestamentlich Gläubigen, Hebräer 11, 39, Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangt haben, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Die alttestamentlichen Gläubigen, ihr Geist, ihre Seele, ist im Paradies, im Himmel. Aber sie sind noch nicht vollendet, weil sie haben den Körper, den Auferstehungskörper noch nicht. Sie werden also noch vollkommen gemacht werden in der Zukunft. Aber wann? Dann, wenn die Gemeinde die Entrückung erlebt. Und darum wird hier gesagt, damit sie nicht ohne uns, griechisch khoris, das heißt nicht getrennt von uns, vollkommen gemacht würden. Die werden also auch bei der Entrückung auferstehen und mit den noch Lebenden entdrückt werden. Und wenn dann der Herr Jesus eben am Ende der großen Drangsal zurückkehren wird, wird er kommen mit den alttestamentlichen Gläubigen. Und die sieht Sacha ja schon. Denn kommen wird mein Gott und alle Heiligen, seine Heiligen mit ihm. Und auch die neutestamentlichen Gläubigen der Gemeinde werden mitkommen. Wie das Offenbaum 19, Vers 11 und folgende beschreibt. Alle werden ihn begleiten. Sacha ja 14, Vers 6. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Die Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Nicht Tag und nicht Nacht. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird das Licht sein. Dieser Tag wird einzigartig sein. Am Tag ist es dunkel. Und in der Nacht kommt das Licht. Ein einzigartiger Tag, wenn der Herr erscheint als König und Richter der Welt. Jetzt mache ich wieder einen kurzen Unterbruch mit einem Säler. Ich spiele den ersten Satz von Beethovens Zismol-Sonate. Man hat die später genannt Mondschein-Sonate, aber sie hat eigentlich mit Mond nichts zu tun. Das ist nicht sein Titel gewesen. Aber es ist ein Stück, das drückt eine unglaubliche Ruhe aus. Und das erklärt eben diese Ruhe in der klassischen Musik. Musik, die kommt daher, dass diese Art von Musik entwickelt worden ist aus dem Christentum heraus. Das wissen viele gar nicht. Ich war, dass die Musik, die früher in der Antike einstimmig war, vierstimmig geworden ist. Das ist eine Entwicklung, die hat sich nur in Europa ergeben. In keiner anderen Kultur. Nicht in Afrika, nicht in China, nicht in Indien. Nur in Europa, und zwar durch das Christentum. Weil man das Lob Gottes noch höher machen wollte, noch herrlicher. Kamen Zweistimmigkeit, Dreistimmigkeit. Bis man dann schließlich beim vierstimmigen Satz Grundlage des Bachchorals angelangt ist. Und das ist die Basis auch für die ganze klassische Musik. Und es gibt verschiedene Elemente, die in Verbindung mit dem Christentum dafür gesorgt haben, dass diese Musik eine innere Ruhe ausstrahlt. Und alle Komponisten, ob die bekehrt waren oder nicht, haben im Rahmen dieses christlichen Klimas komponiert. Und das ist schon etwas Spezielles und ich hoffe, dass das auch rüberkommt. Wir fahren weiter in Zachariah 14, Vers 8. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte zum östlichen Meer und zur Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen. Hier wird wieder diese Quelle aus dem Tempelberg erwähnt. Wir hatten das schon in Kapitel 13, Vers 1, nicht wahr? Und ich habe nur erwähnt, aber jetzt schlagen wir auf. Psalm 46, Vers 5. Da sehen wir, wie das prophetische Wort ineinander greift, sich ergänzt und vervollständigt. Da geht es nämlich auch um die große Drangsalzeit im Psalm 46. Vers 2 sagt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Das wird der Überrest Israels in besonderer Weise erleben. Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde gewandelt würde und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten. Wir haben gesehen, der Ölberg wird sich spalten, aber noch viele andere Berge werden zusammenstürzen, sagt Micha 1, Nahum 1. Geologische Katastrophen werden stattfinden. Wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbeten durch sein Ungestüm. Sela. Ein Zwischenspiel. Und dann kommt ein Wechsel. Ein Strom. Seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Das ist wieder diese Quelle aus dem Tempelberg. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi. Und sehen wir, in Vers 7 werden dann wieder die Kriege beschrieben. Es toben die Nationen. Die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen. Die Erde zerschmilzt. Der Herr der Hirschhahn ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Wieder ein Sela. Und dann heißt es, kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde. Jesus Christus, wenn er wiederkommt, wird in verschiedenen Phasen alle Feinde besiegen. Und Vers 10 sagt, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde. Den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Es wird schließlich Frieden geben über die ganze Welt bis ans Ende des Festlandes, das am weitesten von Jerusalem entfernt ist. Also auch da dieser Strom, dieser Bach in Verbindung mit dem Heiligtum, Vers 5. Jetzt Psalm 65, Vers 10. Auch da geht es um die große Drangsal, das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Und da lesen wir in Vers 10. Du hast dich der Erde angenommen und ihr Überfluss gewährt. Du bereicherst sie sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Und dann weiter. Joel 3, Vers 18. Beziehungsweise Joel 4, Vers 18. Es kommt darauf an, auf die Bibelausgabe. Die Kapitelzählung ist da nicht gleich, aber der Text ist dasselbe. Und ich lese jetzt Joel 4, Vers 16. Auch schon Vers 15. Die Sonne und der Mond verfinstern sich. Und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion. Und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Festung für die Kinder Israel. Sehen wir, der Herr wird auf den Ölberg kommen. Und dann geht er rüber auf den Tempelberg. Und darum heißt es hier, der Herr brüllt wie ein Löwe. Aus Zion. Das ist der Tempelberg. Und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und nun, Vers 18. Und es wird geschehen. An jenem Tag. Auch da. An jenem Tag. An jenem Tag. Die Endzeit. An jenem Tag werden die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch fließen. Und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Shittim bewässern. Shittim ist das hebräische Wort für Akazie. Und unten beim Toten Meer gibt es ganz typischerweise viele Akazien. Das sind so einzelne für sich stehende Bäume in der Wüste. Man erkennt sie sofort in ihrem besonderen, so kronenhaften Aufbau. Das Tal Shittim, das ist also dort am Toten Meer. Und da geht das Wasser hin. Wie wir aus Hesekiel 47 ausführlich wissen. Schlagen wir auf Hesekiel 47. Da wird der neue Tempel des tausendjährigen Reiches beschrieben. Und in Kapitel 47 Vers 1 sagt Hesekiel Und er führte mich zurück zur Tür des Tempelhauses. Und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten. Und die Wasser flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her. Südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durchs Nordtor und führte mich außen herum zum äußeren Tor. Den Weg zum nach Osten gerichteten Tor. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Und als der Mann, das ist ein Engel, der ihm den ganzen Plan des Tempels, des künftigen Tempels zeigt. Und als der Mann nach Osten hinaus ging, war eine Messschnur in seiner Hand. Und er maß tausend Ellen. 525 Meter. Und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurch gehen. Wasser bis an die Hüften. Und er maß tausend Ellen. Ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte. Denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und im Weiteren wird dann beschrieben, wie er runter geht zum östlichen Kreis. Das ist dieses Flachland bei Jericho. Nördlich vom Toten Meer. Und dort mündet er ins Tote Meer. Und das Tote Meer wird gesund werden. Heute haben wir ein riesiges Problem. Ökologisch. Dadurch, dass man für die Landwirtschaft so viel Wasser des Jordans braucht. Gelangt zu wenig Wasser ins Tote Meer. Und der Salzgehalt wird noch höher, als er schon war. Er liegt bei rund 30%. Also zu Hause ein Drittel Salz. Dann zwei Drittel Wasser. Und dann kann man zu Hause totes Meer spielen. Und da kann natürlich kein Fisch überleben. Aber die Vertrocknung geht weiter. Das Meer hat sich schon in zwei Teile geteilt. Und man hat damals, als die Sowjetunion zusammenbrach, 1989, und etwa eine Million russische Juden kamen, also sowjetische Juden, nach Israel, haben sich gesagt, oh, das sind viele Ingenieure. Und die Russen waren ja in Mathematik, in reiner Mathematik weiter als die Amerikaner. Die Amerikaner sind mit Software und so weiter besser als die Russen. Aber Mathematik und Grundlage für Ingenieurwesen, da sind die Russen sehr, sehr avanciert gewesen. Und da hat man sich gesagt, wir könnten diese Leute einsetzen in ein Riesenprojekt. Wir graben einen Kanal vom Mittelmeer und bringen das Wasser ins Tote Meer. Oder ein anderes Projekt vom Roten Meer. Das liegt ja auch höher als das Tote Meer. Ein Kanal und wir bringen das Wasser rein. Schließlich hat man das doch nicht gemacht. Das kostet so viele Milliarden. Aber wäre ich Mitglied in der Knesset, dann würde ich aufstehen eines Tages und sagen, Chavarim ve Chavarot. So spricht man, Genossinnen und Genossen. Das Geld können wir uns sparen. Das kommt ja eh noch. Ezekiel 47. Man könnte das Kapitel vorlesen. Ja, das wird also so werden. Das Tote Meer wird gesund werden durch diesen Fluss. Etwas sehr Spezielles, nicht wahr? Und der Herr Jesus nimmt auf dieses Kapitel Bezug. Er war auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Am Laubhüttenfest. Johannes 7. Und am letzten Tag, am siebten Tag, dem großen Tag, steht er auf und ruft im Tempel. Das ist ganz speziell, wenn der Herr nicht nur spricht, sondern ruft. Das sind nicht viele Stellen in den Evangelien. Aber die muss man sich heraussuchen. Johannes 7, 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus da und rief und sprach. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Der Herr Jesus nimmt Bezug auf diese Prophetie, die sich wörtlich erfüllen wird. Eine Quelle aus dem Tempelberg, die zum Segen wird für das Tote Meer. Und der Herr Jesus vergleicht den Körper des Gläubigen mit dem zukünftigen Hesekiel-Tempel. Und er sagt, wenn jemand dürstet, der kommt zu mir. Und von seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist das, lebendiges Wasser? Auf Deutsch klingt das so mystisch. Aber es ist gar nicht mystisch. Maim Chayim, eben Wasser, lebendige, wörtlich. Das ist auf Hebräisch der normale Ausdruck für frisches Quellwasser. Also da wird eine Quelle entspringen. Und wird zum Segen werden für andere. Genauso wie die Quelle entspringen wird und die wird ins Tote Meer hinabführen. Das Tote Meer wird lebendig werden. Und so ist es, wenn wir heute das Evangelium weitergeben, dann kommen Menschen, die so tot sind wie das Tote Meer. Kommen zum Glauben und werden von der Macht des Todes befreit. Und werden lebendig gemacht. Also der Herr wendet das, was wirklich in der Prophetie, in der Zukunft so stattfinden wird, wendet er geistlich an auf die heutige Zeit. Dass wir diese Erfahrung schon heute in geistlicher Hinsicht kennen. Ich lese weiter in Zachariah 14. Vers 8. Da geht es um diese Quelle, die ganzjährig sein wird. Darum heißt es hier im Sommer und im Winter. Und hier wird auch gesagt, eine Hälfte geht ins östliche Meer, das ist das Tote Meer, und zur Hälfte zum hinteren Meer. Das ist das Meer, wenn man sich am Orient orientiert, das im Westen ist. Der Doppelfluss, wie Hesekiel 47 sagt. Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Jesus Christus wird das tausendjährige Friedensreich aufrichten weltweit. Wir haben gesehen in den Psalmen, er wird die Kriege beschwichtigen bis ans Ende der Erde. Und seine Herrschaft wird die ganze Erde umfassen. Vers 10. Das ganze Land wird sich umwandeln, wie die Ebene von Geber bis Rimon, das südlich von Jerusalem liegt. Also nicht nur der Ölberg wird sich spalten und geologisch, nicht in Millionen von Jahren, sondern katastrophisch zerrissen werden. Aber auch das ganze Land Israel wird sich in der Topologie, in der Bodenbeschaffenheit verändern. Da werden also erhobene Teile abgesenkt werden zum Tal. Und der Tempelberg selber wird gehoben werden. Das ganze Land wird sich umwandeln, wie die Ebene von Geber bis Rimon, das südlich von Jerusalem liegt. Und Jerusalem wird erhaben sein. Gehoben. Und an seiner Stätte wohnen. Ich lese ganz kurz aus Micha. Übrigens, ich sage Micha nicht, weil ich Schweizer bin. Ich kann schon Micha sagen. Aber auf Hebräisch sagt man eben Micha, ja, nicht Micha. Micha. 1, Vers 2. Die Wiederkunft Christi. So beginnt der Prophet. Hört ihr Völker alle. Höre zu, du Erde und ihre Fülle. Und der Herr sei zum Zeugen gegen euch. Der Herr aus seinem heiligen Palast. Aus dem himmlischen Tempel wird er herabkommen. Herabkommen. Vers 3. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet ein Heer auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm. Und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer. Wie Wasser ausgegossen am Abhang. Sieht man nicht nur, der Ölberg spaltet sich, sondern da werden Berge en masse, werden, also in großen Mengen, werden da zerschmelzen und Täler sich spalten. Wenn wir schon bei den kleinen Propheten sind, Nahum. Also nicht Nahum, sondern Nahum. Dort heißt es in Vers 3. Vers 3. Vor ihm erbeben die Berge und zerfließen die Hügel. Und vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Grimm bestehen? Und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Also geologische Katastrophen begleiten das Kommen des Herrn. Und dann, die Oberfläche der Erde wird gewandelt werden. Und dann lesen wir aber, Jerusalem wird erhaben sein. Und jetzt versteht man auch, warum in Hesekiel 40, wo der Prophet, der in Babylonien war, im heutigen Irak, in der Vision wird er ausgeflogen aus dem Irak und fliegt nach Israel. Das wird dort so beschrieben. Und dann kommt er von oben herab und er sieht den Tempelberg. Und der Tempelberg wird beschrieben als ein hoher, erhabener Berg. Aber heute ist der Tempelberg, wir Schweizer sagen, Hügel. Ja, 743 Meter über mir. Wir sind Hügel. Ja, wir sagen nicht Berge. Aber dieser Berg wird erhoben werden. Und das ist ganz wichtig. Dann kann man schließlich auch den Hesekiel-Tempel bauen. Der Hesekiel-Tempel besteht nämlich nicht nur aus den inneren zwei Vorhöfen. Die machen ein 500 Ellenquadrat aus. Und das kann man wunderbar auf den heutigen Tempelplatz setzen. Das war der Salomonische Tempelplatz. Und dann in der Zeit, in den Jahren vor Christi Geburt, wurde er erweitert auf die doppelte Größe. Aber auch dann war immer noch das 500 Ellenquadrat der eigentlich heilige Bereich. Aber um Platz zu haben für die Nationen, die nach Jerusalem wollten und den Gott der Bibel kennenzulernen, hat man den Tempelplatz erweitert auf 144.000 Quadratmeter und hat im Norden sogar das Bezettertal aufgeschüttet, um die Plattform besonders nach Norden erweitern zu können. Man hat nach Westen, nach Süden und nach Norden expandiert. Nach Osten ging es nicht. Das Kidron-Tal, das den Tempelberg vom Ölberg trennt, das war zu tief. Das konnte man nicht auffüllen. Aber Hesekiel beschreibt einen dritten Vorhof von 500 auf 500 Routen. Und eine Route in der Bibel ist 3,15 Meter. Das heißt also ungefähr 1,5 Kilometer mal 1,5 Kilometer. Und da müsste man alle Täler rund um den Tempelberg füllen, um diese Plattform zu bekommen. Aber wenn der Herr Jesus kommt und diese Katastrophen geschehen und der Tempelberg erhoben wird, anderes Gebiet wird abgesenkt werden, dann wird sich diese Plattform bilden. Dann wird man nach seinen Anweisungen den Tempel, den dritten Tempel, ausbauen können auf diese volle Größe. Und das Wunderbare dabei, ich habe das so ausgemessen, dann kommt der Golgatha-Felsen, kommt in den dritten Vorhof hinein. Das heißt, wenn im tausendjährigen Friedensreich die Nationen ja regelmäßig nach Jerusalem kommen müssen, wie wir gleich sehen werden, die werden in den dritten Vorhof hineinkommen, in den Vorhof der Heiden. Und dann wird man sagen, seht ihr dort der Felsen? Dort ist das eine wahre Opfer, das wirklich Sünden abgeschafft hat an einem Tag. Das ist dort geschehen. Und alle diese Opfer hier im tausendjährigen Reich, das sind nur Erinnerungen an das wahre Opfer. Und damit wird die Frage beantwortet, die mir immer wieder gestellt wird, warum steht in der Bibel, es werden noch Opfer kommen? Und noch schlimmer, warum sagen sie, es werden wieder Opfer kommen? Ja, ich sage es nicht, weil ich es herausgefunden habe, sondern weil es in der Bibel steht. Und wieso? Ja, eben weil es Erinnerungen sein werden. Die Menschen werden dann sagen können, in der Vergangenheit, in der Zeit der Gemeinde, da war das Abendmahl, die Erinnerung. Und Paulus hat gesagt in 1. Korinther 11, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das war also bis zur Entrückung der Gemeinde. Und dann wurde ganz Israel gerettet. Und jetzt haben wir wieder diese Opfer, aber diese Opfer, die ersetzen nicht das eine wahre Opfer. Aber das ist unsere Erinnerung an Golgatha. Es ist nur ein Gedächtnis. Die Opfer haben in sich keinen Wert. Und dann, wichtig, Vers 10, Und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Städte wohnen. Was heißt das? Das heißt, Jerusalem wird auch weiterhin dort sein, wo Jerusalem ist. Ist das wichtig? Ja, natürlich. Es gibt Leute, die sagen, das wird alles völlig verändert werden und Jerusalem wird ganz woanders sein. Stimmt gar nicht. Die Bibel betont, Jerusalem wird am gleichen Ort sein. Und damit auch der Tempelberg am gleichen Ort bleiben. Und dann heißt es, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und bis zum Ecktor und vom Turm Hananel bis zu den Keltern des Königs. Da werden ganz präzise Punkte in Jerusalem erwähnt. Da wird klar, die Geografie wird nicht anders sein. Diese Punkte, die im Alten Testament lokalisierbar waren, zum Beispiel der Turm Hananel. Wir können zusammen auf den Tempelberg gehen und der kann ich genau zeigen, da war der Turm Hananel. Nicht irgendwo anders. Da. Also diese Merkpunkte werden identifizierbar sein, auch in der Zukunft. Vers 11. Heute ist Israel nicht in Sicherheit. Israel ist ständig bedroht. Und die Nationen der Welt, die meinen, sie können über Israel bestimmen und über Israels Sicherheit hinweggehen und Bündnisse schließen, zum Beispiel mit Iran, die für Israel in der Existenz bedrohend sind. Ja, Israel ist nicht in Sicherheit. Aber die Verheißung ist hier. Der Jesus wird Israel, wird Jerusalem in Sicherheit wohnen lassen. Vers 12. Und dies wird die Plage sein, womit der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Er wird eines jeden Fleisch verwesen lassen, während er auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen. Und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem Herrn unter ihnen entstehen. Und sie werden einer die Hand des anderen ergreifen. Und eines jeden Hand wird sich gegen die Hand seines Nächsten erheben. Eine schreckliche Plage, nicht wahr? Wenn also die Proteine des Körpers zerfallen werden, während Menschen sogar noch dastehen. Also eine biologische Kriegsführung, die einen nur erschüttern lässt. Er wird eines jeden Fleisch verwesen lassen, während er auf seinen Füßen steht. Der Herr wird diese Feinde besiegen. Vers 13. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird eine große Verwirrung sein. Und diese Verwirrung führt dazu, dass die plötzlich gegeneinander kämpfen. Muss ich mir mal vorstellen. Eine mächtige Armee kommt. Das Ziel ist die Vernichtung Israels. Und dann plötzlich beginnen die gegeneinander zu kriegen. Das ist ja wie jetzt. Nicht wahr? Russland hat seine ganze Maschinerie gegen die Ukraine gerichtet. Und plötzlich richten sie die Waffen gegeneinander. Und die Wagner-Truppe wird auf der Autobahn nach Moskau von der Luftwaffe bombardiert. Und so wird der Herr auch die Feinde in sich spalten. Vers 14. Das zeigt übrigens, dass Gott eine Armee spalten kann, wenn es sein muss. Und auch Judah wird in Jerusalem kämpfen. Und der Reichtum aller Nationen ringsum wird gesammelt werden. Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Da sehen wir wieder Judah. Das sind die, die geflohen sind nach Moab und wieder zurückgekommen sind. Und der Überrest, der in Jerusalem bleiben wird. Und die werden zusammenarbeiten. Wir haben gesehen in Kapitel 12, Judah sagt, die Bewohner von Jerusalem sind mir eine Stärke. Aber hier sehen wir, Judah wird auch eine Stärke sein für Jerusalem. Nach Judah wird in Jerusalem kämpfen. Und der Reichtum der umliegenden Völker wird gesammelt werden. Und da wird zurückbezahlt werden, was die umliegenden Völker an Löcher geschlagen haben in die Kasse Israels. Wenn man sich vorstellt, was Israel an Finanzen ausgeben musste, seit 1948, um als Volk und als Staat zu überleben, durch all die Jahrzehnte hindurch. Das hätte man alles in eine Wirtschaft verwandeln können, die auch die arabischen Länder rund um Israel hätten zum Blühen bringen können. Aber die Araber haben 1948, 1949 gesagt, keine Verhandlung mit Jerusalem. Keinen Friedensschluss mit Jerusalem. Und so ging es durch die Jahre weiter. Und das müssen sie alles zurückbezahlen. Vers 15 Also diese biologische Kriegsführung mit Schnellverwesung wird sich auch auf die Tiere auswirken. In der Armee. Vers 16 Und es wird geschehen, dass alle Übrigebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Jahr für Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubieten. Und das Laubhüttenfest zu feiern. Es wird ja einen Überrest geben, aus allen Nationen der Welt, der errettet wird. Offenbarung 7, können wir kurz aufschlagen. Da wird zuerst der Überrest Israels beschrieben. 144.000, die sich bekehren werden nach der Entrückung. Aber die 144.000, in Offenbarung 7, 1 bis 8, sind nur die Vorhut. In Offenbarung 14 werden die beschrieben als die Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht war immer die Vorernte. Und dann kommt noch die Haupternte. Und wir haben gesehen, im Land werden ein Drittel der Bevölkerung, nach den heutigen Zahlen, mehr als zwei Millionen zum Glauben kommen, sich bekehren. Und aus anderen Stellen sehen wir übrigens, nur andeutungsweise, ohne das jetzt zu beweisen, auch im Ausland, die noch nicht zurückgekehrt werden. Da wird auch ein Überrest umkehren und dann nach der Wiederkunft Christi ins Land Israel gebracht werden. Aber nur Bekehrte, wiedergeborene aus Israel, werden ins tausendjährige Reich eingehen. Der Herr Jesus hat das schon, Nikodemus, gesagt in Johannes 3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Also dieser Überrest aus Israel wird sich bekehren. Ganz Israel wird gerettet werden. Alles, was übrig bleibt. Und die werden ins tausendjährige Reich eingehen. Aber Offenbarung 7, ab Vers 9, beschreibt eine unzählbare Schar aus allen Völkern, die sich auch bekehren wird und die durch die große Drangsal hindurch gehen wird. 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und sehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Das ist Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und sehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation. Und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Nachher wird Johannes gefragt, wer sind diese Leute? Und er will eine Erklärung haben. Und dann wird ihm erklärt im Vers 14, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Aus allen Nationen, etwa 200 Nationen gibt es weltweit, die meisten sind in der UNO. Aus allen Völkern, man unterscheidet etwa 10.000 verschiedene Völker. Viel mehr, ja. Und dann kommen hinzu die unzählbaren Stämme. Und Sprachen, es gibt über 7.000 Sprachen, ohne die Dialekte zu zählen. Und manchmal Sprachgruppen von ein paar hundert Leuten. Aber wir sehen hier, aus allen Sprachen werden Menschen gerettet werden. Aus allen Stämmen, Völkern und Nationen. Und die werden durch die große Drangsal hindurchgehen und gehen dann ins tausendjährige Reich, zum Tempel nach Jerusalem. Und warum haben die Palmen in den Händen? Das ist der Feststrauß vom Laubhüttenfest. Und genau darum geht es ja, um das Laubhüttenfest in Zachariah 14. Die Nationen kommen dann zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde feiert nicht Laubhüttenfest. Der Galaterbrief macht das ganz klar. Aber nach der Entdrückung der Gemeinde ist eine andere Ordnung. Und diese Menschen werden sich bekehren in der Gerichtszeit nach der Entdrückung. Nach 2. Thessalonicher 2 werden alle, die das Evangelium schon gehört haben, bis zur Entdrückung und sich nicht bekehrt haben, die werden sich verhärten und durch den Antichristen verführt werden. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Aber all die Abermillionen Menschen aus allen Nationen, die noch nie das Evangelium richtig gehört haben, werden noch eine Chance haben. Und da bekehrt sich eine unzählbare Schar aus allen Nationen und Völkern. Und die gehen durch die Drangsaal und werden ins tausendjährige Reich eingehen. Auch da gilt, nur Gläubige werden ins tausendjährige Reich eingehen. Der Überrest aus Israel und der Überrest aus den Nationen. Und jetzt gibt es doch Leute, die sagen, nein, das ist die Gemeinde. Und die wird dann in der Drangsaal entdrückt werden. Okay, und jetzt habe ich aber eine Bibelfrage. Im tausendjährigen Friedensreich werden ja wieder Kinder geboren werden. Und sie werden sich sehr vermehren weltweit, sagen die Propheten. Wie wird das geschehen, wenn die entdrückt werden und dann einen Auferstehungskörper haben und der Herr sagt, in der Auferstehung wird man nicht mehr heiraten und wir keine Kinder mehr haben. Jetzt haben die aber ein echtes Problem. Jetzt sollen die mir erklären, woher kommen die Kinder des tausendjährigen Reiches. Es geht überhaupt nicht auf. Man muss wissen, wenn man solchen Lehren folgt, bringt man die ganze Prophetie und die ganze Ordnung der Schrift einfach durcheinander. Nein, da muss man unterscheiden. Die Gemeinde, Israel, die Nationen, die vollzahlten Nationen voll. Dann wird Israel gerettet. Alles an seinen Platz lassen und dann geht es so wunderbar auf. Wirklich wie ein Puzzle. Und jetzt schließen wir noch mit Zachariah. Also, diese Nationen werden nicht nur einmal zum Leibhüttenfest gehen, wie beschrieben in Offenbarung 7 mit den Palmen in den Händen, sondern jedes Jahr. Vers 17, in Zachariah 14. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Hirscharen, anzubeten. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht kommt, so wird der Regen auch nicht über dieses kommen. Das wird die Plage sein, womit der Herr die Nationen plagen wird, die nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe Ägyptens und die Strafe aller Nationen sein, die nicht hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. In Ägypten regnet es fast nicht. Ägypten ist ja abhängig vom Nil, der Wasser aus Schwarzafrika bringt, nicht wahr? Und dann den fruchtbaren Schlamm, berühmten Schlamm liefert. Aber im tausendjährigen Reich wird alles anders sein. Jesaja 35 sagt, dass die Wüste wird aufblühen. Das heißt, die Zukunft dieser Welt ist grün, aber ohne die Grünen. Die Wüste Negev wird aufblühen. Die Wüste Sinai wird aufblühen. Die Sahara-Wüste in Nordafrika wird aufblühen. Die Wüste Gobi, es wird genügend Nahrung geben im tausendjährigen Reich für die ganze Welt. Und alles wird so aufblühen. Das heißt, das Klima wird sich wandeln. Aber zum Guten. Und wenn alles so grün wird, wird es natürlich auch viel CO2 benötigen. Also die Zukunft wird CO2-haltig sein. Im tausendjährigen Friedensreich. Aber zum Segen der ganzen Welt. Petrus sagt vom tausendjährigen Reich als von der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und darum wird das natürlich eine Plage sein für Ägypten. Dort wird es richtig regnen in der Zukunft. Und wenn die nicht kommen, dann bleibt der Regen aus. Das wird eine Zucht sein des Königs in Jerusalem. Vers 20 in das Haus des Herrn der Hirscharen sein. Heiligkeit wird ein großes Thema sein. Und zwar so, dass die alltäglichen Dinge, die werden hochheilig sein. Und das ist etwas sehr Schönes, was wir eigentlich auch schon im Zeitalter der Gemeinde kennen. Dass wir merken, dass alles, was wir tun, ob das Haushalt Arbeit ist oder Arbeit am Arbeitsplatz oder was wir auch tun. Epheser 6 sagt, wir sollen alles von Herzen tun als dem Herrn. Das heißt, unsere Arbeit soll ein Gottesdienst sein. Gott dienen. Schon die Reformatoren haben das erkannt und haben darum den Begriff geprägt, Beruf. Die hätten nicht gesagt, Job. Ich habe einen Job. Das ist eine Arbeit, vielleicht irgendeine Arbeit, wo man ein bisschen oder viel Geld dafür kriegt. Aber ein Beruf ist eine Arbeit, von der ich weiß, der Herr möchte, dass ich das tue. Und zwar für ihn. Und ich mache nicht den Unterschied zwischen säkulare Arbeit und dann geistliche Arbeit für den Herrn, wenn ich irgendetwas für die Gemeinde tue. Sondern, dass alles bewusst ein Dienst für Gott ist, dann wird der Alltag geheiligt. Genau das, was hier geschieht. Dass plötzlich Alltagsgegenstände, und es geht hier wirklich um Kochtöpfe. Jetzt hier konkret. Das ist genau das, was wir heute schon kennen sollten, dass eigentlich unser ganzes Leben, nach Römer 12, 1 und folgende, ein vernünftiger Gottesdienst sein soll. Indem wir unser ganzes Leben, unser ganzes Leib, alles was wir sind und haben, dem Herrn zur Verfügung stellen. Und dann, an jedem Tag wird kein Kanaaniter mehr im Haus des Herrn der Hirscharen sein. Was heisst das? Nun, das Wort Kanaaniter kommt von einem Wort, das heisst kaufen. Kanaaniter ist eigentlich der Name, Kaufleute. Und wir kennen die Geschichte aus Johannes 2. Der Herr Jesus war im Tempel in Jerusalem und er jagt alle diese Verkäufer, diese Kanaaniter, aus dem Haus Gottes hinaus. Und sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Hebräisch Chanut. Im Talmud wird die Königische Säulenhalle, wo man Opfertiere verkauft hat, wird genannt Chanut, das Kaufhaus. Und der Herr sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut, zu einem Kaufhaus. Also, er wollte nicht, dass hier herumgeschrien wird und dass es hier um möglichst Geld verdienen im Haus Gottes geht. Er hat sie hinausgetan. Und das ist der tiefere Gedanke hier. Es wird kein Händler, kein Kaufmann mehr im Haus des Herrn der Hirscharen sein. Aber wir verstehen, was ist Würde und Heiligkeit im Dienst für Gott. Ja, dann wollen wir hier schliessen. Ja, wir reden. Vielen Dank.